In der Kamera auch. Mozi in Krefeld? Ne, Wuppertal. Wie, 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 was machst du hier? Filmen Sie uns jetzt? Na ja, also wir machen halt immer wieder in anderen Städten und ich kenne ein unglaublich hübsches Mädchen, was aus Krefeld kommt und deswegen dachte ich, film ich mal hier, dann kann ich dir... Du lügst. Nein, ich lüge nicht. Alle Rapper, alle, alle, seid ihr in der Gruppe, wir können ja so ein Battle machen, ein Freestyle-Battle oder so. Nein, ich schlöde dich. Ich bin dabei, ich wäre dabei. Na gut, dann fang mal an. Nein, nein. Ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. Aber so nicht, oder was? Ja, dann lüge. Komm, wir hatten schon ein paar epische Rap-Battles, komm, leg mal los, Rap-Battle jetzt, Freestyle. Okay. Komm, mach mal. Verstehe ich überhaupt nicht, kann ich auch machen. Ja, das ist gut. Ja, aber tschüss. Aber ich würde gerne auf Deutsch mich mit dir betteln. Nein, du kannst dich nicht. Ich kann nur kurde. Gut, okay. Was heißt das denn? Das heißt Baba aus der Stadt.